Ich habe hier den 250.000 Euro Award für Ali und Julius. Die beiden Jungs sind heute hier bei uns im Office und sie haben das geschafft mit Werbetexten. Sehr, sehr spannend. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Danke für die Einladung. Und wo seid ihr angereist? Wir sind gekommen aus Mannheim. Also eigentlich schloss im Pferdhaus, wir waren ja gestern schon da. Ach stimmt, ja. Habt ihr hoffentlich einen entspannten Abend gehabt im Spa-Bereich? Ja, sehr entspannt. Sehr gut. Stellt euch doch einmal kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr? So, mein Name ist Julius Kerritzer. Ich bin gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Inhaber bei einer Werbetext-Agentur. Wir haben unser Office in Mannheim. Ich bin 26 Jahre alt. Er ist jetzt frisch 30 geworden. Und genau, haben aktuell drei Mitarbeiter, haben jetzt noch zwei weiter eingestellt. Also insgesamt sind wir dann mit zwei Geschäftsführern zu siebt. Und jo. Seit wann macht ihr das? Wir haben Ende so November 2020 haben wir gestartet. Und dann sind wir auch relativ schnell bei euch ins Training eingestiegen. Dezember 2020. Genau. Wir sind so zweieinhalb Jahre so ungefähr dabei, jetzt mal aufgerundet. Und ihr macht das schon immer zusammen? Ich hab tatsächlich alleine gestartet, aber er hat mich immer so neben mir her schon unterstützt. Aber so richtig, dass wir jetzt im Business involviert waren, tatsächlich hatte ich das entwickelt. Er war noch viel im Studium, hatte dort viel zu tun gehabt. Ich war aktuell im Vollzeitjob. Und wir haben dann aber auch relativ schnell, so ein halbes Jahr später, haben wir dann eine Entscheidung getroffen, komm, wir machen das einfach zusammen. Haben dann auch zusammen direkt die GmbH gegründet und haben zusammen als Gesellschafter dann gestartet. Genau. Also ich hab im, wann war das, im Oktober 2021 Studium beendet. Und im September 2021 hab ich aber mit die GmbH sozusagen gegründet. Was hast du studiert? Ich hab an der der BW Mannheim BWL studiert. Also ein duales Studium gemacht. Und du? Hast du auch studiert? Ne, ne. Ich hab ganz normal eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Bin dann ins Berufsleben eingestiegen und genau. Aber woher kennt ihr euch denn dann? Bei der Berufsschule. Ja, tatsächlich. Aus der Berufsschule? Aus der Berufsschule, ja. Also er hat auch erst eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische. Und er hat aber dann ein Studium gemacht und ich bin aber ins Berufsleben eingestiegen. Das war dann der Unterschied. Aber wir sind trotzdem immer eng in Kontakt geblieben. Haben uns die ganze Zeit gesehen. Viel unternommen miteinander. Waren beste Freunde schon seit sieben, acht Jahren. Ja. Acht Jahren, glaube ich. Wie kommt man denn dazu, wenn man eine Ausbildung macht, dann mit Copywriting zu starten? Also mit Werbetexten? Also wir waren damals gemeinsam auf dem Geburtstag von einem guten Freund. Und dort haben wir jemanden kennengelernt, der war tatsächlich bei euch schon im Training. Der hat schon sechsstellige Monatsumsätze gemacht. Wer war das? Das war der Andreas Fröhlich und der Arthur Fröhlich. Der hat eine Agentur für Photovoltaik, Leadgen. Und ich habe mich schon immer viel für das Thema Selbstständigkeit interessiert. Ich habe, glaube ich, schon so alles ausprobiert. Dropshipping, habe mich eingelesen im Coaching. Ich war da kurz davor, bevor ich zu euch gekommen bin, fast so Infoprodukte schon zu machen. So, ihr wollt ein bisschen in den spirituellen Bereich gehen. Also irgendwas auch schreiben, weil mir schon immer gelegen hat. Und jo, wir hatten dann einfach ein Gespräch mit ihm, haben da zusammengehockt. Auf der Geburtstagsparty? Genau, auf der Geburtstagsparty. Habt ihr da einfach zusammengesessen irgendwie? Keine Ahnung, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wir haben alle im Lage vorhin zusammengehockt. Ja, es war im Endeffekt so, genau. Der Julius war ja schon immer sehr, sehr wissbegierig. Also wie so eine Grillhütte quasi. Ja, es war so ein Sommerfest. War im Sommer so ein bisschen, da waren wir im Garten, haben wir so ein bisschen gechillt einfach. Und der Julius war schon immer sehr, sehr wissbegierig. Und wenn jemand gesagt hat, ich bin selbstständig, dann war er sehr hellhörig. Ich hab gesagt, ey, was genau machst du da? Erzähl mal ein bisschen so. Wir haben in die beiden fröhlich Jungs auf euch gewirkt. Es sind doch zwei gewesen, oder? Das war nur der Andreas eigentlich. Genau, nur der Andreas war da. Also mit dem Arthur hatten wir gar nicht Kontakt. Aber ich glaub, der war auch da. Also ich hab mich gar nicht da, gell. Aber wir hatten nur mit dem Andreas auf jeden Fall Kontakt. Und der war super korrekt. Der war schon so genau an dem Punkt, wo wir hinwollten. Der war damals so bei 20, 30 K. Das war für uns abstrakt viel Geld. So was monatlich macht. Und ich hatte auch schon diese Idee, in Richtung Agentur zu gehen. Und er hat dann einfach, er war voll, wirklich hilfsbereit. Hat mir dann einfach gezeigt, jo, was kann man denn so machen? So, was sind deine Stärken? Und da ich immer schon gut im Schreiben war, hatte dann gesagt, ja, werd doch Copyright. Und dann hab ich halt erst mal so gedacht, ey, was, damit kann man doch gar kein Geld verdienen. Was soll das? Das macht doch gar keinen Sinn. So, und dann hat sich da alles ein bisschen anders herausgestellt. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also er hat dann gesagt, werd doch Copywriter. Du meinest, nee, aber du bist letztlich doch Copywriter geworden. Warum? Ich hab tatsächlich erst dann eine Agentur, wollte ich dann gründen. Und ich hab ihm aber immer so gemeinsam mit ihm dann Texte zugeliefert, so einfach für seine Agentur geschrieben, so haben dafür halt ein Business-Session ausgetauscht. Wir waren ja noch befreundet, so war ja alles immer super cool. Und dadurch hat sich das dann alles so entwickelt, weil ich hab dann auch Empfehlungen bekommen. Er hat mich aktiv weiter empfohlen. Und dann bin ich da mehr oder weniger so ein bisschen reingerutscht, so, weil es war halt unfassbar einfach, auch mit Copywriting dann Fuß zu fassen, durch Empfehlungen. Schwieriger war es dann als Agentur, ich hab dann versucht, Leute anzurufen und so. Und jo, dann hab ich gemerkt, ja, okay, das war geil. Macht die Öl-Suppe viel Spaß. Und dann hat sich das alles so entwickelt. Wann war das? Das war, ähm, der Geburtstag war tatsächlich. Wann war der Geburtstag nochmal? Ja, doch, der Flo hat ja im Juni Geburtstag gehabt. Und dann ist halt auch schon so ein paar Monate ins Land gegangen. Und da haben wir richtig so mit Copywriting gestartet, tatsächlich dann Oktober, November. In welchem Jahr? Ich glaub, es muss jetzt 2020, genau. Es muss 2020 gewesen sein, genau. Und er hat wie so durch die Empfehlungen das erste Geld einfach gemacht. Und das haben wir dann auch direkt investiert bei euch. Habt ihr dann auch da bei den Geburtstags zum ersten Mal von uns gehört? Oder kanntet ihr uns schon? Ich kannte euch tatsächlich vorher schon. Aber ich war jetzt nicht irgendwie besonders positiv für euch gesonnen. Im Gegenteil, ich hab die erste Werbeanzeige damals gesehen. Das war die vom, äh, von eurem, im Schloss, die Party. The Great Baulig Party. Und da hab ich euch eher so ein bisschen so als arrogant wahrgenommen. Ich war so voll anders, der gepolt, tatsächlich. Ähm, eher gar nicht so krass auf Geld machen viel. So eher so macht deine Passion und alles. Hab ich eher so ein bisschen als schwierig wahrgenommen. Und, aber, jo, der hat halt echt positiv von euch erzählt. Und, genau, dann hab ich mich auch näher mit euch auseinandergesetzt. Viel YouTube-Bees geguckt. Von dir und dem Andreas. Und dann war das für mich relativ klar. Ja, ich hab mich noch entschieden. Ich wollte auf jeden Fall ein Coaching machen zwischen zwei größeren Anbietern. Und dann hab ich mich aber dann für euch entschieden. Einfach, weil ich wusste, dass das einfach gut ist. So, weil ich hab ja auch dort die Erfolge gesehen. Und das war dann für mich einfach die sichere Entscheidung. Okay. Das heißt, wann seid ihr Kunden geworden bei uns? Dezember 2020. Also auch quasi direkt im Grunde schnell, nachdem du Copywriting gestartet hast? Ja. Ein, zwei Monate später. Und du bist jetzt alleine Kunde geworden? Genau, richtig. Ohne Ali. Ja, ich war halt noch mitten im Studium. Ich war auch, für mich war es eigentlich so, ich mach bei Aldi Karriere. Ja. War auch so geplant die ganze Zeit. Nur nach und nach hab ich halt relativ, weil ich war ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch, also orientierter Mensch. Hab ich so, selbstständig machen. Da muss man Geld investieren vorher. Ewig lang warten, bis dein Return on Invest kommt. Da kam halt so der Bewährlegedanke raus. Als ich verstanden hab, okay, du brauchst ja eigentlich nur einen Laptop. Das ist eine digitale Dienstleistung. Und ich hab ja auch schon gesehen, dass wir Geld verdienen damit. Ich sag auch bewusst wir, weil, wie gesagt, wir haben ja immer das so ein bisschen zusammen gemacht, weil ich wollte mich eher im Hintergrund halten. Also jetzt wieder auf jeden Fall, ich war schon immer ein sehr sicherheitsorientierter Mensch und hab dann gemerkt, okay, das ist eine digitale Dienstleistung. Das ist hoch profitabel. Und ich kann's mit meinem besten Freund machen. Was soll uns aufhalten? Wir können Berge zusammen versetzen, also warum nicht? Und dann hab ich halt meinen extrem sicheren Job bei Aldi gekündigt. Was heißt gekündigt? Ich hab halt nicht weitergemacht. Nach dem Studium hab ich halt gesagt, ey, ich mach mich jetzt selbstständig mit dir. Haben da deine ehemaligen Ausbilder reagiert, als du gesagt hast, hey, ich geh jetzt? Also gemischt, ne? Also ich sag mal meine direkte Vorgesetzte, mit der hatte ich einen besseren Kontakt. Die waren das gut? Ja, hey, cool. Du hast auch das Zeug dazu, mach das. Mein Leiter verkauft, der war nicht sehr. Also war halt, er wollte halt, dass ich bleibe, ne? So, ich war halt nicht bei sechs Jahren bei Aldi, war für ihn dann so überraschend und hat es noch nicht verstanden. Also für ihn war das so aus dem Nichts. Wie war das denn dann aber der Tag, wo du gekündigt hast? Och, also ich hab das jetzt, für mich war das klar. Also wenn ich die Entscheidung treffe, so, dann bin ich da 100% sicher. Was heißt gekündigt? Ich hab einfach gesagt, ich mach nicht weiter, ne? Im Endeffekt, weil es war ja die Übernahme, haben die mir gegeben. Jetzt war ich mit dem Studium fertig. Ich hab dann gesagt, aber nee, so passt. Ich mach jetzt hier, ich geh meinen eigenen Weg. Also es war nicht mal eine aktive Kündigung im Endeffekt. Ich hab die Übernahme nicht akzeptiert. Ja, okay, verstehe. Ja, deswegen war es für mich relativ klar. So, dann bist du dazugekommen im 2021? Also, genau, 2021, im Oktober, 1.10.2021 war das Studium beendet. Ich meine, wir haben im September schon die GmbH zusammen gegründet, so. Als Geschäftsführer halt, so ein paar, drei Wochen vorher eben. Aber offiziell 1.10.2021. Ja, hab ich halt immer von Anfang an schon unterstützt. Also wir machen nie irgendwas im Leben so, keine Ahnung, komplett getrennt oder so. Also ich hab auch ein bisschen im Studium immer viel mitgeholfen. Ja, genau. Hab da unterstützt und er hat auch beim Texten immer, also, wenn ich auch Entscheidungen am Anfang getroffen hab, ich hab das immer mit ihm gemeinsam gemacht, was nimm ich für ein Pricing so. Aber er hat das halt eher alles komplett auf Freundschaftsbasis gemacht, ohne jetzt irgendwie so den Hintergenacken zu haben, ja komm, wir machen jetzt hier gemeinsam ein Business miteinander. Und das hat sich aber dann früher oder später so, gab es eigentlich keine andere Wahl, dass wir das einfach machen. Er hat sich erst eher so normal ausgetauscht und dann unter Freunden und dann irgendwann, hey, komm noch dazu und dann hat sich das so entwickelt. Genau. Und er hat auch gemerkt, er hat immer super viel Arbeit und hat dann immer Korrektur gelesen und es hat niemand so gut gemacht wie er. Mit Abstand am Anfang hab ich ja immer so ein bisschen Freunde gefragt, ey, kannst du mal bitte drüber gucken? Aber so, dass ein Text fehlerfrei war, das hat immer nur er bekommen. Und wenn er halt Sachen macht so, dann hat das einfach Hand und Fuß. Und genau. Ja, aber er hat mich ja auch, wie gesagt, im Studium immer sehr unterstützt, wenn ich irgendwie mal eine PowerPoint oder so gebraucht hab. Ich hab gesagt, ey, kannst du mal, da war ich schon konzeptionell immer sehr, sehr stark. Und dann hab ich mal auch seine Meinung so gefragt. Oder wenn ich mal eine Präsentation hatte, hab ich mal gesagt, ey, wie findest du es so? Generell haben wir uns halt da gegenseitig immer unterstützt. Also, ihr habt einen richtigen Bromance. Ja. Ja, selbst. Kann man so sagen. Ja, cool. Das ist ja auch wichtig, wenn man einen Partner hat im Business, dass man mit dem gut zusammenarbeiten kann. Ja, also ich würde ihn auch, ich sehe ihn auch als Familienmitglied an. Also wirklich, du bist jetzt nicht nur ein Freund, sondern er ist wirklich auch so Teil meiner Familie im Endeffekt. Das ist auch jetzt kein Spruch oder so, sondern bei uns in der Familie ist auch so. Es gibt ja viele, die zuschauen, die vielleicht auch einen Geschäftspartner haben. Was sind so die wichtigsten Aspekte, dass man da gut zusammenarbeiten kann, eurer Meinung nach? Also erstmal musst du dich auf die Person verlassen können. Und unabhängig mal davon, von diesen ganzen weichen Kriterien, wie wir jetzt gesagt haben, also dass man sich gut versteht, dass man sich aufeinander verlassen kann. Ich denke, das sind Sachen, die sollten klar sein. Aber vor allem musst du dich ergänzen. Es muss halt einfach logisch Sinn machen. Es muss geschäftlich Sinn machen. Wenn ich jetzt die gleichen Fähigkeiten wie er hätte, also Marketing, dann, also sage ich es nicht nicht, dass es dann sinnlos wäre, aber es macht jetzt schon eher Sinn, dass man sich ergänzt, dass man der eine halt andere Fähigkeiten, also wirklich faktische Fähigkeiten mitbringt als der andere. Ich war jetzt zum Beispiel immer derjenige, der so die Zahlen, Daten, Fakten einfach besser im Blick hatten konnte, allein schon durchs Studium, weil ich da einfach mehr so, ja, ich sage mal Controlling basiert, vielleicht auch in die ganzen Sachen rangehe. Julius ist halt so extrem stark einfach im Marketing gewesen. Und das sind halt zwei sehr gute Fähigkeiten, die sich ergänzt haben. Plus, dass es halt menschlich sowieso passen muss, dass man sich auf den verlassen kann, etc. Dass man pünktlich zusammen auch diszipliniert durchzieht. Und der eine, also ganz wichtig ist vor allem, was ich halt oft jetzt gehört habe, dass viele Geschäftspartner irgendwie dann auch jahrelang zusammengearbeitet haben und dann nicht mehr zusammenarbeiten konnten, weil irgendwie eine Partei irgendwie mehr gemacht hat als die andere. Dann hat die eine sich benachteiligt gefühlt und gesagt, hey, ich mache hier alles 80 Prozent und du chillst sozusagen nur im Endeffekt und wir kriegen das gleiche Gehalt. Also es muss halt echt so auch eine Balance sein, dass man also ausgewogen anteiligend einfach gemeinsam das halt macht. Das ist auch noch ein Riesending, ist vor allem Kommunikation. Also du sollst dir schon einfach einen Geschäftspartner suchen, wenn du es überhaupt vorhast, der einfach offen ist, ehrlich, eine gerade Persönlichkeit, mit dem man einfach immer Sachen ansprechen kann. Also wenn man jetzt irgendwas auf dem Herzen hat, dass nicht irgendwie so unter den Teppich gekehrt wird oder sonst was, sondern dass man immer geil miteinander spricht. Also wir reden super viel miteinander. Wir sitzen tagtäglich so, weil wir gerade in der Phase sind, wo wir auch Vollgas geben, zwölf, manchmal sogar länger Stunden aufeinander. Und da ist halt immer super wichtig, dass man klar sagt, ey, mir geht es gerade so und so und sprichst dich einfach geil miteinander aus. Wie arbeitet ihr so miteinander? Also wie muss man sich das vorstellen im Alltag? Also wir haben tatsächlich zwei getrennte Büros. Kaum zu glauben, gell, bei uns? Nicht was? Aber auf jeden Fall, wir sprechen uns halt immer täglich ab. Also wir starten so gegen acht, neun. Er ist meistens ein bisschen früher da, weil er auch noch morgen Sport macht. Und da machen wir einfach gemeinsam einmal Planung, welche Projekte stehen an, weil er ist ja auch viel im Full-Film mittlerweile drin. Er macht halt mehr so Karriereseiten, HR-Copy, so haben wir sehr vermehrt. Und wir sprechen uns ab, was macht er, was mache ich, bis wann machen wir das Ganze, wie organisieren wir das? Und wir haben halt festgestellt, im Aufwand zu haben gesagt, boah, komm, immer dieses viele Reden miteinander so, kostet halt sehr viel Zeit, aber im Gegenteil. Manchmal ist so, er hat einfach eine geile Idee, so wie kann man Zeit gewinnen, wie kann man das besser organisieren? Und dadurch gewinnen wir meistens immer mehr Zeit. Aber wir sind halt sehr viel im Austausch so und haben aber auch definitiv unsere Phasen, wo wir einfach still für uns gemeinsam arbeiten. Also oftmals ist es eigentlich auch so, dass wir abends vorher nochmal, also bevor wir jetzt ins Bett gehen und sagen, hey, morgen übrigens starten wir den Tag so und so mit denen in den Projekten. Ich gebe dann den Mitarbeitern halt auch immer die Instruktionen, also sie wissen schon, was sie dann machen. Ich sage denen halt, welche Projekte die starten sollen sozusagen. Aber die wissen dann, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Webseite schreibe, wissen die genau, wie die vorgehen müssen. Aber ich muss denen halt nur immer sagen, okay, pass mal auf, weil wir haben jetzt noch keinen Projektmanager, der halt immer die Übersicht hat über alles. Wir haben jetzt halt Copywriter, die jetzt aber halt nicht wissen, wann die was machen sollen. Das muss ich denen halt einmal noch mitteilen, vielleicht noch hier und da kurz ein bisschen Input geben, ein bisschen so, was da speziell ist, was da ein bisschen anders ist als bei anderen Sachen, die die kennen. Aber das dauert dann im Endeffekt so fünf Minuten, manchmal auch nur 30 Sekunden, so ein kurzer Voicemail oder ein Lung-Video und dann wissen die den ganzen Tag schon, was die machen sollen, manchmal auch die nächsten zwei. Wie ist das für euch jetzt, so Mitarbeiter zu haben plötzlich? Das ist ja relativ schnell jetzt, hat es jetzt entwickelt, oder? Ich muss sagen, am Anfang war es echt ungewohnt. Also es war so, hey, du hast gerade einen Arbeitsplatz geschaffen, wie geil ist das denn eigentlich so? Also wenn man sich mal bewusst macht, dass man ja der Wirtschaft wirklich auch weiterhilft, dass man generell jetzt auch Verantwortung für jemanden hat, weil das ist jetzt jemand, die haben sich auch committed wirklich auf uns, die sind umgezogen extra von einer etwas weiteren Stadt, haben ihren Wohnungen hierher verlegt, haben und jetzt bist du halt in der Verantwortung für diese Person im Endeffekt, dass sie auch langfristig einen sicheren, soliden Job hat, wo die auch Karriere machen kann im Endeffekt. Ja, also ich finde es echt cool, weil man baut irgendwie sowas Gemeinsames miteinander auf, einfach so ein Team, wo man kreiert. Finde ich einfach ein grundsätzlich schönes Gefühl, aber so vertraut war das eigentlich schon immer, weil ich hatte vorher schon einen Job mit Führungsverantwortung, als ich war bei einer Personalagentur auch angestellt. Dort immer Vorstellungsgespräche geführt, habe schon Stellenanzeigen geschrieben und dementsprechend war das jetzt für mich jetzt nicht irgendwas komplett Neues. Aber man lernt trotzdem nochmal unfassbar viel dazu, gerade zum Umgang, wie du dich auch selbst nochmal als Führungspersonalentwicklung entwickelst, weil Führen so dieses, also diesen schmalen Grad zu finden, das ist auch bei uns so ergänzend, so diesen bisschen diese harte Hand und jemand, der aber auch trotzdem so diese Soft-Skills einfach mitbringt und da eine geile Mischung zu finden, das war schon nochmal sowas, da musste ich mich auf jeden Fall nochmal korrigieren, dass ich auch mal ein bisschen mehr durchsetze, weil ich habe immer so Mitarbeiter niemals getraut, so ein bisschen zuzumuten. Aber ja, das ist schon auf jeden Fall geil, Mitarbeiter zu haben. Du hast jetzt gesagt, wie man sich als Führungskraft entwickelt, wie habt ihr euch jetzt weiterentwickelt als Führungskraft, wenn du vorher schon gearbeitet hast? Machst du das jetzt genauso wie früher oder anders? Nee, ich mache es auf jeden Fall anders, weil du hast nochmal eine andere Verantwortung. Also wenn irgendein Fehler passiert, den ein Mitarbeiter macht oder wenn du irgendeine Person ins Unternehmen reinholst, hat das einfach, oder die falsche Person, sage ich mal so, hat das ja fatale Konsequenzen auf dein Business, auf deine Existenz und auf die Existenz von so vielen anderen Menschen auch. Und dementsprechend, du gehst auf jeden Fall, wenn du selbstständig bist, nochmal ganz anders damit, um als wenn du jetzt einfach Führungskraft in einem Unternehmen bist. Ja? Und wie viel anders dann? Du bist einfach verantwortungsbewusst, also du bist einfach ein bisschen straighter, du nimmst das noch viel mehr ernst, weil dir einfach die Konsequenzen, die sind ja viel mehr höher als Geschäftsführer, als wenn du jetzt irgendwo einfach angestellt bist. Ich muss da sagen, aus meiner Perspektive ist es so, ich habe mich da ein bisschen auch überschätzt am Anfang. Ich dachte so, ich kam von einem Konzern, ich habe da auch hier und da mal Personalverantwortung gehabt, habe eine Filiale mal geführt und dachte, ja, ich kriege das ja hin, ich bin ja generell ein geiler Typ, ein krasser Typ, das ist ja nicht schwer. Aber habe dann schon gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, wie man es in der Theorie dann denkt. Und dann war ich echt froh, dass ich auch euch halt immer an unserer Seite hatte, dass man da mal Fragen stellen konnte. Hey, wie würdet ihr zum Beispiel die Situation XYZ mal lösen? Und dann kamen dann auch immer geile Antworten oder geile Insights oder geile Instruktionen, wo ich dann gemerkt habe, ja, krass, ja, warum bin ich da nicht von allein drauf gekommen? Aber deswegen, ich finde es auch gut, dass man dann da so ein Euch eben an der Seite hat. Gerade bei dem Thema kann mir keiner erzählen, dass er das einfach so kann, so ohne mal Erfahrung zu sammeln. Das ist halt ein Unterschied, ob du eine Angestellte-Führungskraft bist oder als Selbstständiger eigene Mitarbeiter hast. Absolut. Weil als Angestellter hast du eine richtige Struktur drumherum. Das heißt, du kommst in ein System rein und alles, was du machst, ist das Managen und Überwachen, dass es funktioniert. Ähnlich wie du bei Aldi als Führungskraft gewesen bist. Aber wenn du selbstständig bist, dann musst du ja diese Strukturen überhaupt erst mal kreieren, wo andere als Führungskraft irgendwann drin arbeiten. Das heißt, das ist halt die Schwierigkeit. Und wie du sagst, dann nimmt man das alles viel ernster. Und das ist auch viel, sag ich mal, wichtiger, keinen Fehler zu machen, weil das halt sofort, keine Ahnung, den Job von dem Mitarbeiter, Monatsumsatz kostet, Probleme hintenrum im Support bei Kunden und so weiter, wenn da Kleinigkeiten falsch gemacht werden. Ihr habt ja das Geschäftsführertraining gebucht. Inwiefern hat euch das dabei geholfen, euch da zu entwickeln? Also das Geschäftsführertraining? Also ihr habt ja alle Trainings gebucht mittlerweile. Ja, bis auf 1 zu 1. Genau. Ja, das ist die Mastermind, die haben wir noch nicht gebucht, aber da arbeitet ihr dran. Genau. Also das Geschäftsführertraining fand ich wirklich richtig gut, weil das Thema ist folgendes, du musst ja Mitarbeiter gar nicht so sehr führen, wenn du einfach ein geiles System hast. Also ein System, was bedient werden kann und einfach nur kontrollen musst. Und was beim Geschäftsführertraining wirklich so dermaßen geil war, war, ich glaube, das ist Modul 3, korrigiere mich, wenn ich falsch schläge, aber auf jeden Fall, wie du Prozesse skizzierst, wie du Prozesse entwickelst und die dann bei dir implementierst. Und du verstehst es einfach richtig geil auf einer Meta-Ebene. Und das war bei uns nochmal komplett Game-Changing. Ja, auch die HA-Prozesse. Was war euer beste Monat? Im Februar haben wir ja jetzt ein Auftragsvolumen abgeschlossen von 509.200. Jetzt im letzten Monat im Endeffekt. 509.200 Euro? Ja. Sehr gut. Genau. Wofür die 200 Euro? Ja, das hat sich schon zusammengesetzt aus den ganzen Werten. Krumme Zahl, ja. Ja, geil, stabil. Dann müsstest du ja den Award noch beantragen, würde ich mal sagen. Ja, safe, ja. Ja, das stimmt, ja. Wie hat es dir das angefühlt für euch, das zu erreichen? Also auf der einen Seite super vertraut. Das war jetzt so die normale Konsequenz, weil wir haben uns auch einfach ein Commitment gesetzt, dass wir jetzt beide richtig Vollgas geben. Und wir wussten, das ist mit dem Geschäftsmodell einfach möglich. Aber so, also wir haben am Ende echt nochmal alles gegeben und haben wirklich alles umgedreht, haben Bestandskunden angerufen, die abgesellt, crossgesellt. Wir haben alles mögliche versucht, als wir es dann geschafft haben. Das war auch tatsächlich dann wirklich ätzend, weil das war ein Februar und der hatte nur 28 Tage. Und wir haben auch wirklich, ja, wir hatten auch am 28. Februar haben wir erst gegen die Abendzeit, wie viel Uhr waren das ungefähr so? Das darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber um 22 Uhr bin ich noch. Ja, genau. Das ist ein Sales Call dann, aber ich bin sogar dahin gefasst. Weil ihr das Ziel unbedingt erreichen wollt. Ja, safe. Ja, genau. Jetzt bekommt der Geist krank eigentlich, ja. Und deswegen war es schon geil, also wir haben echt gejubelt. Wir waren nicht physisch beieinander, weil ich war im Homeoffice der Zeit, weil ich war auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen gehabt, aber wir waren echt happy. Ja. So, es war echt geil. Hättet ihr das erwartet, dass ihr das schafft überhaupt jemals? Also jemals schon, deswegen bin ich angetreten mit ihm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also nachdem wir uns die Entscheidung getroffen haben, selbstständig zu machen, war unser Ziel auch, ein Multimillionenunternehmen zu gründen. Aber das erreicht man ja schon mit 160.000 Euro im Monat Umsatz. Ja, Multimillionen ist aber noch ein bisschen mehr als nur eine Million. Ja, wir reden wirklich von Monatsumsätzen, also wirklich Multimillionen. Wir wollen das ganze Ding richtig hoch skalieren, so auf dem Level, wo ihr seid und noch höher. Das kann sich alles auch entwickeln in den nächsten Jahren. Das habt ihr echt schon beim Gründen der GmbH gedacht, dass das euer Ziel ist? Ja. Okay, krass. Bei uns war es zum Beispiel nicht so. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass unser Unternehmen mal so groß wird. Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, für mich war es so, ich habe gesehen, ihr habt es ja auch geschafft. Ja, okay. Irgendwo an die Wand gepinnt und gesagt, wir machen jetzt 300 Millionen irgendwas. Habt ihr ein Vision Board oder sowas? Tatsächlich nicht, nein. Aber wir hatten immer beide schon auf jeden Fall im Kopf, dass das auf jeden Fall ein Multimillionenunternehmen wird. Also was ganz Großes mit Mitarbeitern, wo eine riesige Company, ein riesiges Office in den Transcheck. Also unser Anspruch war es jetzt nicht, irgendwie gemeinsam zu zweit selbstständig zu sein und, keine Ahnung, um die Welt zu reisen. Das hatten wir einfach nicht. Also ihr arbeitet einfach auch gerne, ja? Ja, sehr gerne. Ist auch zum Beispiel jetzt nicht so, wenn wir jetzt die 500k dann geknackt haben, war es dann nicht so, dass ich gesagt habe, boah, jetzt bin ich so satt, das ist geil. Im Gegenteil, also das macht nur hungriger. Weil man sagt, okay, es muss eigentlich noch viel mehr sein. Es muss weitergehen, es muss die ganze Zeit weitergehen. Woher kommt das, dass du dieses Wachstum die ganze Zeit anstrebt? Das muss ja irgendwie, wo muss das ja herkommen? Hat ja nicht jeder oder der zuschaut vielleicht. Ja, ja, also um mal ganz ehrlich zu sein, ohne da auch zu tief ins Detail zu gehen, also sowohl der Ali, kann ich auch für dich sprechen, als auch ich. Wir kommen jetzt aus einer Situation, wo wir auch mal, oder aus Zeiten, wo wir nicht so viel Geld hatten, wo einfach Geld ein großes Problem war, innerhalb der Familie, innerhalb auch unseres Privatlebens. Und ich hatte lange Zeit einfach den Traum, nie wieder in diesen Mangelzustand zu kommen. Und für mich ist immer so Entwicklung so ein ganz großes Ding und Wachstum. Also warum sollte ich das dann irgendwie aufhören, wenn es mir halbwegs gut geht, sondern ich will einfach so vorsorgen, dass es nie wieder eintritt. Und wir haben auch beide immer so einen sehr kompetitiven Gedanken. Also wir treten nicht an, um irgendwie einfach ein Marktteilnehmer zu sein oder generell in irgendwas nur average zu sein. Sondern wenn wir was machen, dann wollen wir auch doch die Besten sein. Das ist einfach so ein bisschen so dieser Gamification-Faktor, glaube ich. Also auch wenn wir irgendwie zocken oder so, wenn wir irgendwie Wetten gemeinsam machen oder Sport oder so, dann ist es meistens immer so, wir müssen einfach die Besten sein. Also wir lieben das, Erfolg zu haben. Das macht uns sehr glücklich. Es geht nicht mal so primär, also natürlich hat es mit dem Geld zu tun. Für uns war aber das Problem, ich habe halt immer gemerkt, wie schlimm es ist, bei mir vor allem auch gerade in meiner Vergangenheit, kein Geld zu haben. Weil meine ganze Familie hat dadurch Nachteile gehabt, auf jeglicher Hinsicht. Und für mich war das dann so, okay, wir müssen aus diesem Teufelskreis rauskommen. Für mich war es auch wichtig, meine Mutter zu unterstützen, weil die mir sehr viel gegeben hat. Und das sind halt so Motivatoren gewesen einfach, die gesagt haben, hey, ich habe da keinen Bock mehr auf dieses immer wieder nochmal gucken, kann ich mir das jetzt leisten? Will ich jetzt in diesem Urlaub fahren? Oder kann ich meiner Mutter vielleicht auch mal ein Geschenk holen, was vielleicht ein bisschen mehr kostet oder meiner Schwester etc. Oder jetzt gemeinsam mit ihm dann einfach zu gucken, ob wir unsere Mitarbeiter gut bezahlen können oder nicht. Ich will mir diese Fragen nicht stellen müssen. Ich will mir nicht stellen müssen, hey, kann ich das machen, kann ich nicht. Sondern ich will einfach diese, ich sage mal, grenzenlose Wachstumsmöglichkeit einfach haben. Ja, sehr geil. Nice. Jetzt so eine Frage, die sich viele wahrscheinlich stellen, die zuschauen. Warum zahlen Leute so viel Geld für Werbetexte? Ja, einfach, weil Werbetexte im Marketing einen super großen Impact hat. Also ein Werbetext entscheidet so neben dem Bild, neben dem Creative, eine Werbeanzeige oder auch auf Webseiten maßgeblich darüber, ob dann jetzt ein Besucher oder ein Leser dann tatsächlich auch eintragt und zum Kunde wird. Also es kann zum Beispiel sein, wenn jetzt den Tag 1.000 Besucher auf deine Webseite kommen. Ich mache es mal mit einfachen Zahlenbeispiel. Und du hast einfach so einen mittelguten Werbetext oder vielleicht sogar einen schlechten Werbetext. Von den 1.000 Leuten trägt sich dann, keine Ahnung, zwei Leute ein. Und wenn du einfach einen guten Werbetext nutzt, tragen dich dann drei oder vier Leute ein, dann macht das ja gerade im Hochpreissegment, also wo wir auch unterwegs sind, also wir schreiben ja meistens für Agenturen und für Beratungsdienstleistungen, die meistens so im fünfstelligen Bereich verkauft werden, dann einen enormen Impact einfach auf die Masse. Und dementsprechend gibt es halt auch generell super wenige Texte, die das super gut können. Werbetext ist einfach generell eine Mangelware in Deutschland. Und dann kommt einfach eine sehr hohe Nachfrage auf eine sehr hohe Wichtigkeit und dementsprechend entwickelt sich auch einen hohen Preis. Also ich würde es so zusammenfassen, ganz kurz nur noch, dass der Return on Invest einfach viel höher ist als das, was die wirklich investieren letztendlich, was ja der Name auch aussagt. Weil Beispiel, was wir ja gestern auch gesagt haben, dem Zipri, also wir hatten beispielsweise eine Copy jetzt mal rausgeschickt, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil es sonst ein bisschen zu krass wäre, denke ich. Aber ein Letter rausgeschickt, einfach eine Copy, die hat 1.000 Euro gekostet bei uns und er hat damit innerhalb von einem Monat 21.000 Euro wieder eingenommen. Und da rechtfertigt sich der Preis dann auch einfach. Und vor allen Dingen, das ist ja Monat für Monat so, nicht nur eine einmalige Aktion. Ja, genau. Richtig, ja. Also Werbetext verkauft 24-7. Wem würdet ihr denn empfehlen, Werbetexte zu werden? Ich würde jedem empfehlen, Werbetexte zu werden, der ein Businessmodell sucht, wo er sehr viel Sicherheit hat, vor allem. Also sogar, wenn du dir eine Imbissbude oder sowas aufbauen willst, ein kleines Restaurant, musst du schon, keine Ahnung, 30.000, 40.000, 50.000 Euro in die Hand nehmen bei Werbetexten, du kannst einfach so starten. Ich würde es jedem empfehlen, der grundsätzlich ein bisschen schreibaffin ist, aber du musst wirklich nicht gut formulieren können, weil Werbetexte sind sehr einfache Sprache. Was du vielleicht sollen könntest, ist, du müsstest dich so ein bisschen für Menschen interessieren. Also dieses ganze Thema Psychologie solltest du interessant finden, auch empathisch sein, dich in Leute reinversetzen können, weil das ist so ein maßgeblicher Bestandteil, damit Werbetexte auch gut werden. Also wenn du jetzt so ein komplett emotionskalter Block bist, so, der sich gar nicht für Leute interessiert, dann ist vielleicht vermutlich ein anderes Geschäftsmodell irgendwas besser für dich. Aber genau. Was kann man als Werbetexte verdienen? Als Werbetexte, je nachdem also, wie weit du das Ganze spielen willst, aber du kannst sehr einfach auf 10.000 oder 20.000 Euro Monatsumsatz kommen, als alleinige Person, einfach als Solo-Selbstständiger. Aber du kannst, ich sag mal so, es ist jetzt frisch, das Geschäftsmodell, wie hoch da die Grenze gedeckelt ist, hat jetzt noch niemand geknackt. Wir sind jetzt auch einer unter den größten, würde ich sagen, die das so im Hochpreissegment halt angehen. Wie viel macht ihr im Schnitt, wie viel schließt ihr da ab im Monat? Zwischen 100.000 und 150.000, würde ich sagen. Ja, genau. Und das macht ihr mit wie vielen Mitarbeitern? Also wir haben es die ganze Zeit mit zwei weiteren Mitarbeitern gemacht und jetzt kommen aber noch zwei dazu. Wie kann man, wenn man jetzt sagt, hey geil, ich suche Werbetexte, ich bin vielleicht eine Agentur, brauche einen Zulieferer für Werbetexte, weil das macht ihr ja auch. Oder ihr seid jemand, der einfach keine Ads schaltet und bessere Ads haben möchte. Wie kann man euch finden? Also am einfachsten gehst du einfach auf werbetext.com. Da kommst du auch direkt auf unsere Seite. Du kannst dich eintragen für ein kostenloses Erstgespräch. Ich oder der Ali melden sich dann einfach bei dir. Checken einfach mal, ob das überhaupt sinnvoll ist in deiner Situation. Ob du an einem Punkt bist, wo Werbetexte jetzt maßgeblichen Einfluss auf deinem Business haben. Und danach setzen wir uns gerne mal zusammen und analysieren auch mal deine Website oder bestehende Projekte und zeigen dir einfach, wie du dort in dem Thema weiterkommen kannst. Sehr cool. Und wenn du selbst jemand bist, der sagt, hey, ich finde das spannend, ich will mich in Werbetexten vielleicht auch weiterbilden. Wir haben ein Training dafür entwickelt. Die Hochpreiswerbetexte Masterclass, die habt ihr euch auch angeschaut. Ja. Und für gut befunden, zuletzt bei unserem Live-Event, habt ihr erzählt. Da kannst du dich nochmal selbst darüber informieren und ein bisschen mehr eintauchen in das Thema oder dich vielleicht auch selbstständig machen mit dieser Fähigkeit, wenn du noch nicht selbstständig bist. Wenn du dich für diesen Kurs interessierst, geh auf www.business.de. Dort kannst du dann einfach bei Hochpreiswerbetexten alle Informationen zu dem Kurs dir anschauen und dir den auch buchen. Ansonsten, wie macht es für die Jungs? Ja, bucht natürlich auch ein Erstgespräch bei uns bei Baulig Consulting auf www.andreasbaulig.de. Tragt euch einfach da ein für ein Gespräch. Wir schauen dann, ob und wie wir euch weiterhelfen können mit eurem Business. Die Jungs haben es vorgemacht vom Einstiegstraining bis jetzt heute zu 500, wie viel? 9,2. 509.200 Euro Abschlussvolumen, was ihr erreicht habt im Februar. Trotz nur 28 Tagen in dem Monat. Sehr cool. Alles ist möglich und wir sind ganz gespannt und verfolgen natürlich weiter, wie sich das bei euch entwickelt. Hoffen, wir arbeiten noch lange zusammen. Ja. Da funke ich aus. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus, Ali und Julius. Ciao. Ciao. Ciao.